Yo's house, Leute! Seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt's mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Ufo361. Ihr wisst Bescheid. Stay high bis zum Tod. Nur zur Info heißt der Song, Leute. Das Video ist gemacht worden von den Black Dolphins, da auch kurz am Start gehabt. So, bin gespannt. Die machen echt gute Musikvideos. Ufo ist jetzt wieder da. Er hat ja gesagt, dass er danach direkt ein Solo-Album machen wird. Rich, ne? Ich geh ganz kurz nochmal da hin, Leute. Sorry, wir haben nicht mal den Song gehört und gehen jetzt schon bis... Okay, das neue Album... Okay, Leute. Ich wusste, weil Ufo hat gesagt, er wird ein neues Album rausbringen nach dem Kollabo mit Ezell zusammen. Haben die ja schon gebracht. Lights Out haben wir ja auch auf das Album reagiert, auch auf die anderen Songs. Genug gelabert. Jetzt Reaction auf Ufo. Nur zur Info. Okay, also ich hab absolut keine Ahnung, in was für eine Richtung das gehen kann, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Ufo in eine deep Richtung gehen wird. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Aber vom Anfang her, ich weiß jetzt nicht, von der Pitchstimme her und so, denke ich vielleicht, dass Ufo jetzt mit einem deepen Song kommt. Kann sein, Mann. Kann sein. Und, Leute, es sind viele neue Deutschrap-Bieder da. Viele, viele, viele neue. Deswegen ballert mir in die Kommentare, auf was wir als nächstes reagieren sollen. Immer in die Kommentare reinschreiben. Ich gucke immer auf eure Vorschläge. Sorry, Mann, dass ich gerade lachen musste. Aber ich sag das immer in jeder Ufo-Reaction. Ein Song, wo nicht, ihr wisst Bescheid, Stay High, Ufo 361 vorkommt. Wenn das nicht vorgerappt wird, dann ist einfach kein Ufo-Song, Mann. Dann ist einfach kein Ufo-Song. Das kommt einfach immer vor. Okay, sorry, Leute. Ich will gar nichts verpassen. Ich will die Thematik hier dahinter verstehen. Deswegen gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Boah, also war auf jeden Fall eine stabile Line. Schon die erste Line. Ihr wolltet, dass ich scheitere, doch wegen seinem Hype da. Diese Abdrücke, Alter. Ich kann ganz kurz eine Story sagen. Ich hatte auch zwei Jahre eine Zahnspange. Dann musste man ja auch diese Abdrücke da machen, Alter. Habe ich gehasst. Ich habe davon fast gekotzt, weil das bis an meinen Hals ging. Und egal, wir reagieren einfach auf Ufo. Junge, ich muss sagen, also die Atmosphäre, die da gerade ist, die nimmt mich gerade gut mit. Ich weiß nicht, ich mag den Beat gerade so. Also, auch wenn man nur so, also die Melodie. La, la, la. La, 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 la. Irgendwie mega ruhig. Aber mega angenehm auch. Ich, okay, ich höre mal weiter. Okay, jetzt kommt er, jetzt kommt er, glaube ich, richtig rein. Der war sehr ein ruhiger Anfang von ihm. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher Song bei Wave das war. Wave war ja auch ein Album. Wir haben auf jeden einzelnen Song reagiert bei Wave. Ihr habt mein Kanal totgespammt mit Wave. Kommentare, wo gesagt wurde, die Wave hat sogar deinen Kanal überflutet. Aber da war auch so ein Song, wo der Anfang mega ruhig war, so. Und dann erst es richtig abging. Also, die erste Hälfte war voll ruhig. Heute bin ich rich, rich, ja. Schon beim Dealer wegen Sucht. Heute bin ich die Quelle, wenn du brauchst, ja. Damals war mir kalt, hatte mal. Heute zähl ich in nem aufgewärten Pool, ja. Ich muss sagen, es ist mega ungewohnt. Mega ungewohnt so. Diese Richtung von UFO. Du hörst einfach keine Drops. Der Beat ist einfach, es fehlt halt der volle Beat irgendwie, sag ich mal. Aber ich muss gerade wirklich ehrlich sagen, ich fühle es gerade gut mit, man. Ich muss sagen, es... Ich kann es nicht kritisieren, man. Ich kritisiere das gar nicht. Auch wenn es gerade voll ungewohnt ist. Und andere jetzt sagen würden, Alter, wie kannst du das jetzt feiern oder so? Wo ist der Beat? Das ist nicht Rap oder was weiß ich. Was gibt ja so, Leute. Ist natürlich jeden Geschmackssache. Aber ich muss sagen, ich kann es nicht kritisieren, man. Ich finde es gut. Ich hatte mal heute zähl ich in nem aufgewärten Pool, ja. Nur zur Info. Meine Ex hat mich verlassen, meinte, nein. Ich wollte es nicht schaffen, nur zur Info. Ich gebe ihr jeden Tag, mach die Bitch, tun an Info. Zu viel Geld auf der Bahn, zu viel Drip, ja. Wir sind so... Ja, ich muss sagen, ähm, also, ne, inhaltlich, er ist halt alleine geschafft, so viele waren nicht an seiner Seite, dann kam der Hype und dann kamen sie halt alle. Ist halt einfach typisch so ekelhafte, beleidigen will ich nicht, aber ekelhafte Menschen, einfach nur, einfach nur ekelhafte Menschen, auf die du spucken kannst, auf die du ein... Ach, komm, hören wir auf, aber so Menschen, ne, Menschen, die nur an deiner Seite sind, weil sie dich einfach brauchen, weil sie nur dich brauchen, sich nur melden, weil sie dich brauchen, weil sie sehen, bei dir läuft. Dazu kann ich nichts sagen. Boah, nichts nutzt, oh man, Alter, Papa ist auch noch, er rappt auch von Papa. Junge, ich muss, ich will einfach immer zurückgehen und mir das geben. Finde ich richtig gut. Ich hoffe, das passiert im Laufe des Songs einfach nicht. Ich hoffe einfach, es passiert nicht, dass der Song, äh, dass der Beat irgendwie komplett mit Drop und Dies und das alles komplett, so ein kompletter Beat drin ist. Ich hoffe einfach, es bleibt bei dieser schönen Melodie. Ich hoffe es einfach nur, Mann. Bitte. Junge, enttäusch mich nicht, Mann. Ich, äh, skipp immer ein bisschen zurück, weil wir, äh, pausieren ja meist mitten in der Line. Ah, das ist das. Das meine ich. Ich wollte nicht, dass der Beat reinkommt. Ich wollte einfach, dass es einfach komplett ruhig weitergeht. Aber ich muss sagen, es war trotzdem bis hierhin, hat es mir voll gefallen. Und dann, heute bin ich rich, nur zur Info. Und jetzt ist der Beat da. Aber wird er jetzt noch rappen? Ich glaube, es wird kein Rap mehr kommen. Denke ich mal. Boah, ich weiß nicht, ob ich es zu laut habe, aber ich finde, der Beat gerade tut ein bisschen in den Ohren weh, Mann. Ich finde, es tut ein bisschen gerade in den Ohren weh. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen was zu laut eingestellt wurde. Ich finde es ein bisschen zu laut. Oder ich war einfach gerade in dieser Melodie, Alter. Ja. Es ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen zu laut, Mann. Ich hätte das gar nicht mit reingepackt mit diesem, mit dem Beat und dem hier, dies, das. Hätte ich gar nicht mit reingepackt, diese Stelle. Die passt da gar nicht rein, Mann. Der ist einfach so schön, Mann. Einfach so schön mit dieser Melodie. Hätte es einfach dabei gelassen, Mann. Schade, es ist nur ein kurzer Song. Okay, hier passiert auch nichts mehr. Also ist nur bis hier, Leute. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen zu Ufo361, nur zur Info. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, irgendwie so die 80, 90 Prozent des Songs haben mir einfach gefallen. Nur das Ende fand ich jetzt nicht so, aber sonst, schöner Song. Könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne diesen Kanal hier jetzt abonnieren. Glocke aktivieren. Mein Instagram steht hier unten links. Macht's gut, haut rein und ciao.